Mein Name ist Sebastian Kunz und ich habe vor eineinhalb Jahren das Baros hier in Marktredwitz mit meiner Frau zusammen eröffnet. Wir haben zuvor knapp zehn Jahre in München gelebt und waren dort zum Arbeiten, zum Lernen, uns weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Und bei uns ist dann irgendwann der Wunsch aufgekommen, uns selbstständig zu machen. Ich komme aus der Gastronomie, habe das gelernt, meinen Meister und meine Frau ist komplett Quereinsteigerin und ist aber eine sehr engagierte Hobbyköchin und vor allem Hobbykonditorin. Und ja, aus dem Gedanken heraus wollten wir uns selbstständig machen und haben zuerst in München nach Möglichkeiten gesucht, unseren Traum dahingehend zu verwirklichen, was sehr schwierig war bzw. dann einfach nicht stattgefunden hat, weil es finanziell nicht zu stemmen ist für die erste Selbstständigkeit. Und ja, dann haben wir hier mit Unterstützung von der Stadt letztendlich diese Location gefunden und ja, dann hier aus einem ehemaligen Modeladen unseren Burgerladen eingerichtet und nicht zu vergessen ist natürlich der Freiraum für Familie. Wohnungspreise sind ja eher schwinglich, man kann einen schönen Wohnraum finden und ja, Kinder wachsen dann letztendlich auch behütet auf. Nein? Kleine Stika.